Seitfall-Rückfallzieher in dem Alter. Also keine Altersdiskriminierung, aber das ist schon echt krass. Ja, moin moin und hallo zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Es ist zeitgleich unsere letzte Folge in diesem Jahr. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wir wollen reden über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Ganz klar, es geht um die Weihnachtsmeisterschaft. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter bei den Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Niklas Schomburg, mein Reporter-Kollege. Moin Niklas. Moin. Heute im Weihnachts-Dress oder was ist das? Ja, ich habe schon mal meine Weihnachtsmeister-Holstein-Mütze ausgepackt. Wobei man tragen muss, das ist eigentlich ja vom Kieler Bob-Club eine Mütze. Die müssen wir auch representen hier, jetzt wo die Wintersport-Saison angefangen hat. Also schönen Gruß, aber passt natürlich hervorragend. Weihnachtsmeister-Holstein. Ja, herrlich, oder? Also in der englischen Woche nochmal drei Weihnachtsgeschenke, die du 1a so unter den Baum packen kannst. Neun fette Punkte unter den Baum. Neun Punkte, herrliche Tore. Finn Bartels gegen Nürnberg. Was war das für eine Hütte? Hammergeil, ne? Also wirklich, ich glaube, da konkurriert er nicht nur ums Tor des Monats, sondern ums Tor des Jahres. Das kann man wirklich so sagen, ne? Was für ein geiler Seitfall-Rückfallzieher in dem Alter, ne? Also keine Altersdiskriminierung, aber das ist schon echt krass, ja. Wahnsinn. Aber er hat ja auch selbst gesagt, das ist auch Ausdruck des Trends und dass es bei Holstein läuft. Genau, die Stimmung ist irgendwie da in der Truppe, ne? Und das war jetzt auch im Spiel gegen Sandhausen zu merken. Ja, Fußball ist halt auch Kopfsport, ne? Das sieht man jetzt ganz deutlich. Da fallen dir Dinge leichter, da geht es dann mal von der Hand. Da geht es auch gegen so Mannschaften wie Nürnberg oder Sandhausen, die einen sehr physischen, defensiven Stil spielen. Gepaart mit so einer gewissen Geduld, die Holstein immer an den Tag legt. Also das ist eine ganz solide, starke Leistung, dass sie fußballerisch sehr stark sind mit am oberen Ende der Liga. Das war uns schon von vornherein klar. Aber jetzt kommt eben auch der Kopf dazu, kommt die Ruhe dazu. Man muss sagen, Ole Werner scheint einen richtig guten Job zu machen, scheint einen sehr guten Job gemacht zu haben in der Vorbereitung. Nach 13 Spielen elf Gegentore. Du hast es schon angesprochen, Stabilität, Ruhe, aus einer ruhigen Struktur heraus spielt die Mannschaft einfach in ihren Stiefel. Bleibt wirklich geduldig, über 90 Minuten, mit dem Wissen, dass man hinten wirklich bombenfest steht. Ich habe nochmal nachgeguckt, im gesamten deutschen Profifußball hat nur eine Mannschaft weniger Tore kassiert. RB Leipzig, ich glaube, die sind bei neun Gegentreffern. Holstein unter allen deutschen Profimannschaften auf Platz zwei, was die Gegentore angeht, das ist schon echt eine Hausmark. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie es am Ende immer aufgeht. Du hast immer so ein bisschen Kammerflimmern am Ende des Spiels gehabt. Aber das ist Fußball, das gehört dazu. Genau, das gehört dazu. Und trotzdem kannst du dich eigentlich auch darauf verlassen, dass da was geht. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Ich finde es einfach wirklich faszinierend, sich das anzugucken, mit welcher Souveränität diese Spiele gestaltet werden. Definitiv. Also man kommt da echt mit Staunen. Und man muss sagen, nach 13 Spielen, Holstein ist die stabilste Mannschaft. Es klappt im Moment einfach. Holstein steht jetzt bei 28 Punkten. In der Saison 17, 18, als man am Ende Dritter wurde, hatte man am Ende 56 Punkte. Jetzt hat man nach 13 Spielen wirklich schon die Hälfte dessen im Sack. Also die Richtung ist klar. Ich glaube, man wird da oben eine ganze Weile noch bleiben. Man will sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich finde, man sieht es jede Woche wieder. Aber dieser Gedanke ist immer noch so ein bisschen unrealistisch, finde ich. Dass du wirklich in dieser Liga, die sehr ausgeglichen ist, die sehr stark ist, wo du jedes Spiel verlieren kannst, dass du trotzdem echt da zu den bestimmenden Mannschaften gehörst. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zusammen bekomme. Holstein spielt innerhalb von vier Wochen gegen VfL Osnabrück, St. Pauli, dann im Pokal gegen die Bayern, dann gegen Karlsruhe, dann gegen Darmstadt, dann gegen Paderborn und dann zum Ende noch gegen Braunschweig. Sieben Spiele in vier Wochen. Wie kommt man da durch? Also das stelle ich mir jetzt richtig heftig vor. Das ist hart. Das ist vor allen Dingen hart, weil es ja keine Winterpause gibt. Das heißt, großes Augenmerk auf Belastungssteuerung. Ich glaube, dass das Pokalspiel da jetzt zwischenliegt. Okay, liegt daran, dass es jetzt nicht stattfindet heute. Gut, klar. Du hast dadurch natürlich eine längere Pause. Genau. Das ist jetzt gleichzeitig Nachteil und Vorteil, würde ich sagen. Du hast eine englische Woche im Januar mehr. Du hast aber jetzt den Vorteil, dass die Spieler nach dem Sandhausenspiel direkt in den Weihnachtsurlaub gehen konnten, auch wenn er kurz ist. Aber du kannst da nach Hause fahren, hast da schon mal ein paar Tage mehr. Das ist fast eine Woche, wo du mal die Birne abschalten kannst. Genau. Das ist natürlich schon viel wert. Also es geht dann ja vor dem Osnabrück-Spiel am 29. soll es wieder losgehen. Da hat man dann schon mal ein bisschen Zeit. Und da wird es jetzt drauf ankommen, Hinrunde mitnehmen, gleichzeitig aber auch abhaken. Es geht wieder neu los gegen Osnabrück. Und es kann wieder ein richtungsweisendes Spiel werden. Wie jedes Spiel. Wie jedes Spiel. Aber es ist auch da wieder. Osnabrück hat in den letzten Spielen gegen Holstein immer gut ausgesehen. War immer unangenehm für Holstein. Und dann geht es halt in diesem Takt los. Und dann Belastungssteuerung, medizinische Abteilung, die im Moment einen super Job machen. Die macht einen Megajob. Das muss man wirklich sagen. Holstein ist echt um Verletzungen größtenteils herumgekommen. Du siehst gleichzeitig, dass der Kader diese Qualität auch in der Breite hat, auf den nachfolgenden Positionen. Dass wenn da mal einer ausfällt, dass es adäquat besetzt wird. Und dass, wenn derjenige wieder zurückkommt, das nicht automatisch heißt, dass er gleich wieder in der Stammelf steht. Alleine was man im Spiel nachlegen kann. Wie oft jetzt in der letzten Zeit wirklich Einwechselspieler auch die Entscheidung herbeigebracht haben. Das ist schon erstaunlich. Und das wirst du brauchen im Januar. Da wird automatisch mehr rotiert werden. Da hast du wirklich auf den Positionen 12 bis, weiß ich nicht, 16, 17 überhaupt keine Schmerzen, wenn da auch immer jemand von Anfang an spielt. Und vergleich das mal mit dem letzten Jahr oder dem Jahr davor. Also das ist jetzt wirklich eine Luxussituation. Aber diesen Luxus brauchst du jetzt auch. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal aufs Pokalspiel zu sprechen kommen. Es ist so ein bisschen Fluch und Segen jetzt. Und es ist auch eine Glaubensfrage, wie gehst du es dann an? Es ist zwischen zwei wichtigen Ligaspielen. Aber was machst du? Gehst du mit einer B-Elf rein, um dich dann im Zweifel abschlachten zu lassen von den Bayern? Das wird man auch nicht machen. Auf gar keinen Fall. Das ist alleine ja schon ein Spiel Rekordmeister, Rekordpokalsieger, Trippelgewinner gegen den Tabellenführer der zweiten Liga. Also da kannst du nicht abschenken. Und da muss Holstein sich auch nicht unbedingt verstecken. Keiner erwartet von dir was. Da kannst du befreit aufspielen. Und was gibt es Geileres, als zu Hause gegen Bayern zu spielen? Es gibt ein Geileres, zu Hause vor Fans gegen Bayern spielen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Ansonsten sind das Spiele, die willst du als Profi natürlich haben. Und deswegen, da gibt es Vollgas. Und dann guckst du das Wochenende drauf, so wie Ole Werner es auch immer sagt. Wer ist wie frisch? Wer ist wie weit? Aber Pokalspiel all in. Da ist auch ganz viel Entwicklungspotenzial für so eine junge Mannschaft, wie Holstein sie hat. Einfach sich da zu messen und auch zu sehen, wo es vielleicht noch hakt und wo es noch nicht geht. Natürlich musst du dann, glaube ich, eher wieder umswitchen von so einem Highlight-Spiel zurück auf ein Auswärtsspiel in Darmstadt, was schwer ist. Und dann Ende Januar, dann musst du bilanzieren. Genau. Dann sind 19 Spiele durch. Und ich glaube, dann kannst du grundsätzlich sagen, vielleicht weiß man, in welche Richtung es gehen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du dann noch da oben stehst, dass du bis zum Ende mit dabei bist. Ja, weil du dir einfach ja auch mal einen Ausrutscher erlauben kannst. Und dann fällst du nicht gleich von Platz 4 auf Platz 11, wie das in dieser Liga. Genau, das ist halt der Vorteil, dass du dich jetzt in dieser Spitzengruppe, die sich absetzt, festgesetzt hast. Und dir da tatsächlich auch mal diesen Ausrutscher in Anführungszeichen erlauben kannst. Auch wenn das keiner wollen wird. Holstein wird natürlich in jedem Spiel mit dem Anspruch reingehen, da was mitzunehmen. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass so die Siegesserie, die ja jetzt schon Zweitliga-Rekord ist, dass die auf ewig weiter geht. Trotzdem gehst du natürlich in jedes Spiel wieder rein und willst das gewinnen. Und solange das klappt, machst du weiter. Das ist doch Logo. Genau. Da kann man so ein bisschen die Weihnachtsstimmung verlängern ins neue Jahr. Nehmen wir gerne mit. Ja, diese ganze Hinrunde, die wirklich faszinierend war in dem Entwicklungssprung. Ja, ich habe mir nochmal unser Video angeguckt vom letzten Jahr. Da haben wir ja mal versucht, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ich würde fast behaupten, es ist legendär. Es ist für uns auf jeden Fall legendär. Wir werden es auch im Artikel nochmal verlinken. Genau, also irgendwo hier unten findet ihr es nochmal. Könnt ihr alles nochmal nachgucken. Sehr interessant, was wir da versucht haben. Ich meine, bei Blei und Wachskriesen, da kann ja nichts verkehrt gehen. Da kommen ja solide Vorhersagen raus. Das weiß man ja. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Wenn man das so rekapituliert, haben wir vier von sechs Treffer tatsächlich gehabt. Wir hatten vorher gesagt, dass Holstein deutlich konstanter wird. Dadurch, dass sie eine Vorbereitung haben mit Ole Werner, der ja im letzten Jahr erst auf André Schubert gefolgt ist, mitten in der Saison. Wir haben gesagt, Träume erfüllen sich. Es geht Richtung Bundesliga. Man darf ein bisschen nach oben schielen. Wir hatten gesagt, es geht aufwärts. Da war ein Daumen dabei. Das weiß ich noch. Das war so ein komischer Daumen. Aber es war ein Daumen. Hatten wir nicht auch einen Rasen? Wir hatten einen Rasen. Genau so ist es. Oder gibt es auch? Der Hybridrasen im Stadion. Genau. Holstein Stadion, Hybridrasen war auch richtig. Was wir nicht richtig gemacht haben, war, wir hatten Großbritannien. Wir hatten einen Neuzugang aus der Premier League vorher gesagt. Oder einen Wechsel von Lee. Oder einen Wechsel von Lee. Aber Optimisten, wie wir sind, haben wir gesagt, es gibt einen Neuzugang aus der Premier League. Wir haben jetzt einen Neuzugang aus der Extraklasse. Und wir hatten eine Krone. Und haben gesagt, das bedeutete auf dem Zettel, der dabei war, große Ehre steht bevor. Das haben wir auf Olympia bezogen. Genau. Gab es Olympia dieses Jahr? Olympia wurde verschoben. Das war nicht ganz richtig. Aber wir waren halt auch einfach da. Nicht gut genug, muss man sagen. Denn wir haben einfach die Krone falsch interpretiert. Krone, Spanisch, Corona. Ja, wir hätten mal ein bisschen um die Ecke denken. Wir hätten es vorhersagen können. Dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir es nicht. Weil sowas wie mit Corona können wir uns nicht mehr erlauben. Nee. Da sind wir wirklich die Reiter der Apokalypse. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist nicht gut. Wir orakelen ja sowieso jede Woche hier. Dafür brauchen wir gar kein Wachsgießen. Aber jetzt mal ein bisschen orakelt. Wo steht Holstein Ende Januar? Oben. Erster, zweiter, dritter. Ich glaube auf jeden Fall auf einem der ersten drei Plätze. Das ist doch mal ein Wort. Das nehmen wir so mit. Wenn ihr Lust habt, macht doch das Wachsgießen für Holstein einfach an unserer Stadt in diesem Jahr. Mal gucken, was dabei rauskommt. Schickt uns eure Ergebnisse. Genau. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht seid ihr noch bessere Propheten als wir. Insofern wünschen wir euch frohe Festtage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Wiederbeginn der Liga gegen Osnabrück. Und danach melden wir uns und gucken mal, wie das erste Spiel 2021 gelaufen ist. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Macht das gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.